Musik Willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo. Ja, heute ist Wild Cherry dran. Wild Cherry, meine Hannoveraner Stute. Da habe ich ja sehr lange gewartet auf eventuell neue Farben und es kam sehr, sehr lange nichts. Dann habe ich sie mir gekauft und prompt bei den nächsten Pferden gab es den neuen Hannoveraner in Dandor, den grauen. Aber egal, ich bin sehr zufrieden mit ihr. Sie ist ausgelevelt. Wir haben auch schon ein Championat gemacht, das ich ziemlich versaut habe, leider. Ja, mal sehen. Und wir werden bestimmt noch mal ein paar Championate zusammen reiten, dann hoffentlich etwas erfolgreicher. Und ja, ich hoffe, euch gefällt ihr Video. Und ja, ich hoffe, euch zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020